Herzlich willkommen bei 100 Sekunden der Krebshilfe-Tipp. Heute machen Sie mit bei unserer Bewegungsinitiative Wirtschaft bewegt und hilft sowie Gemeinde bewegt und hilft. Es ist inzwischen vielfach wissenschaftlich bewiesen, dass Bewegung einer der ganz wichtigen Einflussfaktoren ist, um möglichst lange gesund zu bleiben. Mit unserer Bewegungsinitiative Get Moving wollen wir deshalb alle Steirerinnen und Steirer zu einem bewegteren Lebensstil motivieren. Wir wissen natürlich, dass das nicht immer nur eine Frage der Motivation ist. Sehr viele von uns verbringen berufsbedingt viele Stunden täglich sitzend. Gemeinsam mit der Merkur-Versicherung und der WKO Steiermark starten wir deshalb eine große Bewegungsinitiative der steirischen Wirtschaft und der steirischen Gemeinden. Unter dem Motto Wirtschaft bewegt und hilft sowie Gemeinde bewegt und hilft, laden wir alle steirischen Unternehmen und alle steirischen Gemeinden ein, im Aktionszeitraum bis zum 30. Oktober mit ihren Mitarbeiterinnen und Bürgerinnen so viele Bewegungskilometer wie möglich zu sammeln. Jede Form der Bewegung zählt. Wir freuen uns über eine Spende für jeden gesammelten Kilometer oder bei Erreichen eines festgelegten Kilometerziels. Denn mit jedem Spendeneuro können wir Krebspatientinnen und deren Familien in dieser schweren Lebensphase kostenlos begleiten und unterstützen. Jede Bewegung im Rahmen dieser Aktion hilft somit mehrfach. Sie fördert die Gesundheit all jener, die mitmachen. Sie stärkt den Teamgeist im Unternehmen und das soziale Miteinander in der Gemeinde und sie schenkt mehr als 50.000 von Krebs betroffenen Familien in der Steiermark Hilfe und Hoffnung. In diesem Sinne, machen Sie mit, starten Sie eine Bewegungsaktion in Ihrem Unternehmen oder in Ihrer Gemeinde, beziehungsweise erzählen Sie den zuständigen Personen von dieser Aktion und bei Fragen kontaktieren Sie mich. Also, bleiben Sie in Bewegung oder fangen Sie damit an, Ihre Gesundheit zuhebe.